Dad, was bitte machen wir hier? Jetzt, da ich dauernd am Schwitzen bin, ist es nur natürlich, dass ich ein verschwitzter Bomben entscharfer werde. Ruhig, du kriegst das hin. Erinnere dich einfach nur an den kleinen Song aus der Bombenschule. Grün ist gut und grün ist gut und rot ist gut und gelb ist gut und schneid einfach irgendwas durch. Wer kann mir sagen, was er falsch gemacht hat? Er hat einen Song über Bombenkabel erfunden. Das dürft ihr nie tun.